Sehr gut! Dein Hass hat dich recht gemacht! Und jetzt erfülle dein Schissall! Niemals! Nimm deines Vaters Platz! Ja, deines Vaters Platz an meine Seite! Ich werde nie zur dunklen Seite gehören! Ihr habt versagt, Hoheit! Ich bin ein Jedi! Genau wie mein Vater von mir! Ganz wie du willst! Jedi, Luger Skywalker! Wirst du sterben! Da ist der Reaktor! Also, Edge, nimm dir den Energierigulator im Nordtopf vor! Gut wie erledigt! Ich bin blitzschnell wieder raus! Ich bin blitzschnell! 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 Amen. Sie scheinen Ihre gesamte Basis zu räumen. Ja, ich glaube, ich weiß auch wieso. Der Imperator ist tot, der Todesstern zerstört. Also haben wir es geschafft. Und es ist unsere Chance. Jetzt, dass so viele Schiffe starten, werden die sich nicht die Mühe machen und alles kontrollieren. Wir können hier runter. Wir können hier runter. Nach so vielen Jahren. Komm mit. Die Dinger werden auch immer schwerer. Sind alle Frachter untergebracht? Ich will möglichst schnell starten. Wir sind so gut wie fertig, Sir. Das letzte Schiff drückt gerade an. Gut. Wir müssen schnell zu unserem vereinbarten Treffpunkt. Ich hoffe mal, die Überreste unserer Macht sind nicht zu klein. Wenn es stimmt, was er gesagt hat, sind wir in großer Gefahr. Ich weiß, Captain. Legen Sie los. Route in den Überraum wird berechnet. Warten Sie. Ein großes Schiff nähert sich. Dann starten Sie schnell. DER DR. DER DR. Service. DER DR. DER DR. Zers touching. DER DR. Volle Kraft auf die Schildgeneratoren. Moment mal, die nehmen wir mit? Ja, die hätten wir auch da lassen können. Wir sind in einem Sternzerstörer. Und scheinbar wird er angegriffen. Ja, das wird nur kaum was bringen. Es dauert Ewigkeiten, sie zu zerstören. Die Schildgeneratoren von den Dingern sind echt stark. Ich habe einen Plan. Weißt du, wo die Energieversorgung dieser Generatoren ist? Aktivieren Sie die frontalen Steuerventile. Unsere Schilder halten lang genug stand. Und? Wir müssen nur hier weg. Nur hier weg. Konzentriert das Feuer auf Ihren Überantrieben. Sie dürfen nicht entkommen. Es bringt alles nichts. Ihre Schilder sind zu stark. Da oben. Da müssen wir ran. Kein Problem. Es klappt. Irgendwie müssen die Schilder ausgegangen sein. Sehr gut. Dann konzentriert nun das Feuer auf Ihre Kommandobrücke. Was war das? Die Schilde, Sir. Sie wurden ausgeschaltet. Was? Was ist da los? Scheinbar hat jemand die Energieversorgung unterbrochen. Tech, Archeron. Schicken Sie alle verfügbaren Männer dorthin. Sie sollen umzingelt werden. Von allen Seiten. Sie dürfen nicht entkommen. Aber Sir. Tut, was ich sage. Einen Nachteil hat es doch, wenn man die Schilder auf seinem eigenen Schiff ausschaltet. Gibt es hier keine Rettungskapseln? Wir müssen uns beeilen, sonst gehen wir mit dem Teil unter. Nicht nur das. Man verfolgt uns. Wir haben schwere Schäden zu verzeichnen. Noch so ein Treffer und wir sind tot. Dann kämpft dagegen an. Sir, wo gehen Sie hin? Sir! Warte. Ich brauche eine Pause. Na gut. Aber nur kurz. Jetzt müssen wir aber weiter. Hast du das gehört? Sie haben die Brücke gesprengt. Noch ein Grund, schneller zu werden. Komm schnell rein! Warte. Oh nein! Halt nur durch. Wir kriegen dich wieder hin. Immerhin sterbe ich nicht auf diesen verdammten Planeten. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018